Doch bin mein Weg gegangen Rock your steak heute elegant Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant Real G, deine Meinung nicht relevant Lauf durch die Bank mit den Racks in der Hand Doch ich bin kein Bankkaufmann Ah, Intro skipp ich bei meiner So Freunde, wir sind zurück Gottlose Uhrzeit Ich bin gerade im Zug Wir fahren nach Frankfurt Und ja, werdet euch da ein bisschen mitmachen So Leute, ich bin angekommen In Frankfurt Ich warte jetzt hier kurz, bis ich abgeholt werde Dann werde ich euch erzählen, was ich hier mache Und was geplant ist, bla bla Hier soll, also hier ist die Innenstadt Anscheinend hier soll so eine Straße sein Frankfurt Bloß das Erscheinungsbild Was im Internet an Frankfurt Gezeigt wird, pah Macht man nicht Gucci, MCM und sowas alles Ich bin selber jetzt das erste Mal in Frankfurt Ich werde jetzt hier ein bisschen rumgefühlt Beziehungsweise im Laufe des Wochenendes Und nehme euch ein bisschen hoch Ich bin jetzt hier mit Mo Er hat mich abgeholt vom San Vano Ein paar von euch werden ihn kennen vom Bassplack Ich werde die Tage jetzt mit ihm verbringen Mit noch ein paar anderen Freunden Hauptsache sind wir, weil wir ein bisschen was geplant haben Was genau Können wir noch nicht Oder ist noch nicht spruchreif Deswegen können wir das noch nicht erwähnen Wir werden morgen ins Stadion gehen Ich denke, dass ich noch eine Foodtour nebenbei aufnehmen werde So, er wird mir hier die besten Foodspots zeigen, wo man essen gehen kann So Leute, wir sind an der Hauptwache Und ich bin am überlegen, ob ich hier eine Straßen-Tinder-Umfrage mache Wo ist die Konstampler-Wache? Du musst einmal hier rüberlaufen Komm nicht Zeil runter, dann bist du da Wir sind bei deren Büro da Ihr werdet gleich sehen Hat eine crazy Aussicht Ich zeige euch das gleiche wie jetzt raus Zeige euch ein bisschen drinnen So, hier kommt man rein, ihr seht direkt ein Monster-Bild Ich mache jetzt hier keine Route, nur dass ihr hier mal ein bisschen Überblick habt Ihr könnt die gerne abchecken Instagram kommt einmal jetzt hier rein von denen Bassplack Sehr, sehr gute Freunde von mir Die haben alles was ihr braucht Falls ihr irgendwas Specialmäßiges braucht Die können es euch besorgen, egal was ist Was ist das Sirian? Was gibt es hier? Ist das Sirian? Ja, Jonas? Alles natürlich original Und 100% vertrauenswürdig Checkt die Jungs ab Zeige euch jetzt nochmal hier draußen Und Mo Ey, wacht mal Wie macht man das hier nochmal auf? Der Balkon Wann denkt man es in Miami oder so? Ich weiß nicht Die Leute, die Höhlangst haben, nichts Aber sieht unglaublich aus Skylight von Frankfurt Da hinten irgendwo Hauptwache Da wo Sparkasse ist, glaube ich Konstantlerwache Ja, also Sieht crazy aus So Leute, ich habe auch zugeschlagen Die Männer sind es geworden Falls ihr irgendwas braucht, könnt ihr die bei Instagram schreiben Die können euch alles besorgen, egal was Bei mir sind es die geworden Ich finde sie sehr fresh So Leute, so guten Morgen, nächster Tag Ich bin seit 8.30 Uhr wach Weil ich relativ früh pennen gegangen bin Weil ich noch ein bisschen kränklich war Von scheiß Thailand-Seuchern Die wieder hatten Die anderen waren noch unterwegs Sind erst um 7 Uhr oder so gekommen Und ich habe die ganze Zeit gepennt Heute, beziehungsweise gleich Es ist jetzt 12 Uhr irgendwas Geht es zum Eintracht-Spiel Eintracht gegen Augsburg Ich werde keinen Stadion-Vlog machen Ich werde euch wieder ein bisschen das alles zeigen Das in den Vlog reinpacken Hier, man sieht es nicht ganz gut Aber das ist der neue DFB-Campus Wo die Nazio trainiert Trainingslager macht, keine Ahnung Es ist übertrieben groß Man sieht es nicht so gut Aber das ist auf jeden Fall hier So sieht es aus, wenn man in den VIP-Bereich reinkommt Sehr effektiv Bier, Essen, Küche Mit uns, Küche und Wasser Hier gibt es so, ich glaube mal 4 verschiedene Gerichte Oder was hast du ein trauriger Teller? Ich hole doch diese Hauptschmerzen So, hier ist der VIP-Bereich Wo man sich dann hinsetzt und isst Hier geht es jetzt direkt los Hier geht es jetzt direkt los Es geht So, hier geht man los Holy Scheiße Ich habe gerade so brutale Flashbacks Weil das letzte Mal, als ich hier war War ich doch auf der Bank Bei Hertha Das war genau da Das Schicksal ist manchmal ein mieser Verräter Kennt ihr den Film? Oder das Buch? Das wäre alles klar Und das ist noch Wir haben ein Lied Wir spielen noch ein bisschen Gänsehaut Die Stimmung ist wieder unglaublich bei Nein, von 440 Die spielen übrigens gegen Augsburg Ich glaube, Augsburg, Top 3 der Mannschaften, die man am ungernsten guckt So, die haben die Auspufffanzer, aber ist so. Aber es ist trotzdem ausverkauft. Bis auf den letzten Platz, glaube ich fast. Und die Stimmung ist unglaublich. Das ist bei Eintracht immer... Also wirklich krass, dass es immer ausverkauft ist. So, erste Ecke im Spiel. 20 min. 23 min. Es ist echt bisher ein totes Spiel. Keine Chancen, keine Standardsituation, fast nichts. Gerade eben stand es noch überall 0-0. Ich sag ehrlich, ich weiß, ihr seid Fans und so, aber mich kriegt nichts ins Stadion, wenn Frankfurt gegen Augsburg spielt. Mich bekommt nichts im Stadion. Aber es sieht überall so aus. Überall 0-0. Oh. 1-0. Damit hat sie ja keine neue Spiele. 1-0. 2-0. 1-0. Kaum gesagt, dass noch nichts passiert ist, direkt 1-0. Vielleicht muss ich es öfter machen. Aber was ich hier unglaublich finde, sind wirklich die Fans. Die sind durchgehend laut. Halbzeit 1-0. Spielerisch kein gutes Spiel. Einzel, würde ich sagen, geht in Ordnung, auch wenn es ein Mist-Tor war. Das Spiel an sich ist kein gutes Spiel. Dafür die Fans aber umso besser. 2-0. 2. Halbzeit geht los. Ich hoffe, es kann nur besser werden als die erste. 1-0. 1-0. 1-0. Ich muss doch noch warten. Für mich frags aus. Also ist keiner Fisch. Ah ok, war's nicht. Ich habe einfach das Tor dran lassen. Es war so leise, also als ob nichts passiert ist. 1-1 anstrengend. Ich habe verpasst. Keine Ahnung wie es war. Das ist die Schnauze. Wo ist er gut? Die 90. Minute. Schau, das wird wirklich nicht passieren. Ey, heute... Chent! Was läuft mit Chentler denn Fischur hin? Was läuft mit Chentler? 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 Boah, das Spiel vorbei. 1-1. Ja, das macht gleich was. Was läuft mit Chentler? Ja, das Spiel war bodenlos. Also... Langweilig. Highlightarm. Aber die Fans haben gecarried. Die waren wie immer bei Frankfurt sehr, sehr krass. Sehr laut. Hat Bock gemacht da zu sein. Ich werde safe. Irgendwann mal bei einem krassen Spiel kommen und dann noch mal so einen richtigen Stadionblock da machen. So nah wie du dran sitzt und die Atmosphäre und so ist schon mal ganz anders. Daniel, das Lampi. Abends und ich zieh die Jungs... Sauer? Ne, das ist Weltspieler. Ich hab noch nie so einen guten Spieler gesehen. So, nächster Tag. Es ist sonnig. Wir gehen jetzt wieder was essen. Das werdet ihr in der Foodtour sehen. Danach gucken wir, glaube ich, Hertha kurz gegen Bayern. Aber heute ist erstmal richtig gutes Wetter. Und ich fühl mich auch besser. Wir sind jetzt hier noch ein bisschen laufig, ein bisschen rum. Zeig mir ein bisschen mal die Stadt, weil ich davon noch nicht so viel gesehen habe. Jetzt sind wir am Ort der Orte in Frankfurt. Und warum? Wie könnte man besser begrüßt werden? Wo die ganzen klassischen Straßenumfragen gedreht werden. Beziehungsweise die ganzen YouTube-Videos, die ihr kennt. Von Pumpkin, Monkey und Co. So Leute, nächster Tag, beziehungsweise der letzte auch. Wir waren gestern Abend noch ein bisschen in der Stadt unterwegs. Haben nämlich da ein bisschen umgeführt. Haben nämlich einfach ein bisschen nochmal die Stadt gezeigt. So abends. War aber nichts Besonderes. Deswegen habe ich noch nicht so viel gefilmt. Und ja, jetzt gehe ich schnell duschen. Dann gehen wir essen, frühstücken irgendwas. So frühstückslavenmäßig. Und da fliege ich später zurück nach Berlin. Ich habe einen günstigen Flug gefunden. Billiger als Bahn und schneller auch. Deswegen habe ich das gemacht. Diese Toilette habe ich in drei Tagen auseinandergenommen. Und ich war hier locker, locker, 15 mal kacken und dritte. Also das ist keine Ahnung, was das ist, aber das ist auf jeden Fall vorbei. So Leute, wir waren jetzt essen. Für mich geht er zum Flughafen und danach zurück nach Berlin. Der Bro fährt mich jetzt hier gerade zum Flughafen und ja. So, Gewinner von der Playstation wurde übrigens ausgelost und kontaktiert. Und dann werden die Jungs da die Playstation hinschicken. Also ist schon alles geklärt, nur damit ihr auf dem Laufenden bleibt. So Leute, ich bin angekommen. Ich bin gut gelandet. War so ein scheiß Flug. Keine Airpods. Beziehungsweise alle. Baby schreit. Ich konnte nicht pennen. Kommt alles zusammen. Das war es mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll vom Reisen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist viel Spiegel. Man sieht es. Ich bin nervös. Pra Versorgung. Bis zum nächsten Mal.